Herzlich Willkommen zu einer neuen Snapshot Vorstellung Ich bekomme ein Like aus dem Rücken, das ist schön Neuer Snapshot ist draußen, 20W48, keine Ahnung was Glaube ich auch schon vor drei Tagen oder so Aber ich hatte ja besseres zu tun, abends schnell wegpennen Trau ich aber wahr Nein, es gibt was Neues für die Höhlen Das ist ja hier Cliffs und Caves, also so Cave Okay, das ist immer noch witzig, dass man hier sich unter Wasser verbrennen kann Nein, es gibt jetzt Tropfsteinen Den gibt es zwar noch nicht in der Weltgeneration, so wie ich das gelesen habe Aber man kann ihn schon bauen Es gibt dafür diesen Dripstone-Block Also einen Tropfstein-Block, der sieht Was sind das für Geräusche? Ey, jetzt reißen die die Bude ab Nein, es gibt Tropfsteinen, der sieht, weiß ich nicht Meinung aus der Ferne, sieht der gut aus? Er ist hässlich, okay Das ist Tropfstein, der äh Der kann tropfen Ich weiß nicht, das ist halt so ein Höhlengestein, keine Ahnung Das ist halt so Kalkablagerung wahrscheinlich Was? Ja, dafür gibt es hier diese Spitzen, die man hinstellen kann Nein, genau Das ist der Stein Und dann gibt es da halt die Stalaktiten und Stalagmiten Das sind hier die Stalagmiten Die wachsen können, wenn man sie richtig platziert Also wenn man sie oben drauf hat, dann werden die halt immer Stalaktitischer und irgendwann dann nur noch länger Äh, ja Es ist immer so klar, wenn ich jetzt sage Die werden dann irgendwann Stalagmitiger und irgendwann länger Nein, das ist, und dann gibt es ja auch die anderen, die von oben unterhängen Äh, sieht voll toll aus Wie sie immer dicker und immer länger werden Okay, den Witz habe ich jetzt richtig gut gehitten gerade Nein, äh, die tropfen dann da so runter Und bilden dann da halt ihre Stalagmiten Das sind die, die hochgehen Und Stalaktiten hier runterfallen Und, ja Äh, Funfact am Rande Die machen ordentlich Aua Wenn wir jetzt hier mal so ein So ein dickes Ding hinbauen Grüße an der Stelle an Marvin Ähm Kann man da eigentlich lieber drauf fallen lassen Der kriegt da ein bisschen Schaden Wenn die jetzt ein bisschen höher drauf fallen lassen Dann müsste der eigentlich schon Ja, immer noch nicht tot Ja, der, äh, wird gewone-hitted Wenn man ihn auf den normalen Block drauf fallen lässt Äh, happeningt da sehr wenig Wenn wir jetzt an der selben Stelle das Ding hinstellen, dann Ist tot, ähm, und es ist nass Na toll Machen wir aber hier wieder Warum fängt jetzt wieder Gewitter hier? Schlimm sowas Also, ja, äh, macht auf jeden Fall Schaden Wenn man drauf fällt Tut ordentlich weh im Arsch Äh, 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 äh Sorry, der Witz war jetzt einfach drin Ähm, und die haben auch eine lustige Funktion Und die können irgendwie Lava und Wasser transportieren Womit man halt irgendwie So, wie ich das gelesen und gehört habe An verschiedenen Stellen Jetzt irgendwie sich Lava vervielfältigen kann Und zwar Mach ich dann hier mal Ach ja, genau, sie können auch runterfallen Wenn man sich abreißt Dann fallen sie zu Boden Naja, man kann jetzt irgendwie auch hier was machen Dass man Wenn man sich jetzt hier Ein Kessel hinstellt und so Und dann hier diese Dinger dran hängt Die dann da so drauf zeigen Dann, ähm Kann man da Irgendwie was durchtropfeln lassen So, halt Lava oder Wasser Das, äh, versuchen wir jetzt mal Also, das Durchtröpfeln an sich Das klappt auf jeden Fall schon Aber dass dann da reinfließt Das, äh, weiß ich nicht Ich habe Bannern gesehen Die das auch zeigen wollten Da hat das nicht funktioniert Ähm High Clipper Ja, hier sehen wir schon Hier tropft jetzt Lava runter Und hier müsste jetzt auch noch Wasser tropfen Hm, Wasser Komm schon, Wasser Also die Lava tropft besser Was passiert eigentlich da Wenn man das so rum macht Da war gerade der Lava tropfen Das hört sich auch anders an, glaube ich Oder? Oder nicht? Naja, egal Habe jetzt keine Glück dazu zu gucken Ähm Man kann da auch gegenschießen Wie ich auch noch gesehen habe Wenn man da einen Dreizack gegenpfeffert Dann bricht das auch ab Okay Scheinbar nicht Okay Wenn man ausholt Dann klappt das auch mit dem Dreizack Dann bricht das halt einfach ab Und ist weg Ähm Ja, so weit, so gut Das sind die neuen Tropfstein-Dinger Yay Ähm Das hier hat angeblich auch wieder eine neue Textur bekommen Ja, hat es Das sieht wieder anders aus Ähm Den gibt es hier Für das Fernrohr Ähm Was Neues Das ist jetzt quasi ein 3D-Model Das ist jetzt in 3D Kann man sehen Ist voll toll Dann hat der Kompass und die Uhr eine neue Textur bekommen Und das Bündel lässt sich jetzt Ähm Ja, mit Rechtsklick ausleeren Auch wenn mehr drin ist Und die Kerzen lassen sich jetzt glaube ich nur auf ganze Blöcke platzieren Irgendwie Da jetzt nicht Da auch nicht Aber halt auf Kuchen Weiterhin Und die Kerzen haben auch eine neue Textur bekommen Und ich glaube das war alles Ach nein, da gibt es noch was Ähm Man kann sich jetzt in den Schnee reinstellen Auch im Kreativ-Modus Und dann Wird es auch frostig Ne Die Kamera zoomt rein Und da kommt noch der Frost-Effekt Wenn wir jetzt das da anziehen Dann Ja, ist easy Ähm Jo Sehr schön Das ist eigentlich auch schon alles Wenn ich jetzt nichts vergessen habe Ähm Aber ja Dann, äh Ja Tropfstein Yay Naja Bis zum nächsten Mal Haut rein Tschüss Bis zum nächsten Mal 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 Bis zum nächsten Mal